Hallo, ich bin Herr Bergmann und ich begrüße euch zu einem neuen Tagebuch-Eintrag. Die heutige Folge wird traurig, denn etwas schrecklich ist das passiert. Aber eins nach dem anderen. Auf Instagram postete ich letzte Woche dieses Video von einem Baumarktbesuch. Und da sah ich ihn. Schaut euch diesen Frosch an, wie traurig er da steht. Wie Pablo Escobar auf diesem einen berühmten Meme. Es war Liebe auf den ersten Blick. Doch ich war blind, fuhr wieder nach Hause ohne ihn. Und erst auf der Couch realisierte ich, dass ich einen schrecklichen Fehler gemacht hätte. Aber es war zu spät. Der Frosch war... Weg. Ich mach jetzt einfach wieder das, was ich immer tue, wenn ich etwas im echten Leben nicht bekomme. Ich hol's mir in Minecraft. Denn hier hab ich eine supergeile Strandvilla. Und flotten Flitzer. Und eine bezaubernde Frau. Mit der ich zwei wundervolle Kinder habe. Hä? Und jetzt besorge ich mir auch noch diesen verdammten Frosch. Also, los geht's. Vorsichtig beginne ich, die majestätische Form des Frosches aus dem digitalen Sumpf endlose Einsen und Nullen zu befreien. Ich bin aufgeregt und kann nicht aufhören, an diese eine Frage zu denken. Spiele ich Gott? Doch dann der Augenblick der Wahrheit. Gleich ist es soweit. Ich spüre es. Das ist es jetzt, ja? Mhm. Schau mal, beim Baumarkt ist ja wieder eine verfügbar. Hallo? Oh, hallo Schatz. Was machst du denn da mit dem alten antiken Revolta? Be Stephen, merci. Hallo? Musik Musik